Gut, heute haben wir das Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama und heute ist die Lektion über 2. Korintherbrief, über den 2. Korintherbrief, das ist die Lektion 5 auf Seite 37. Ein sehr interessanter Brief, ein sehr interessantes Buch. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quellendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht nur überheblich werde. 2. Korinther 12, 7. Dieser Vers, der fasst zusammen diesen Brief. Hier haben wir viele, viele Informationen. Mir jucken schon die Hände. Ich möchte hier alles erzählen über diesen Brief, aber hier ist die Rede über dieses Quellen des Leiden, was andere Bibel so nennen. Den Stachel im Fleisch. Dieser Stachel im Fleisch. Warum hat der Apostel Paulus dieser Stachel im Fleisch? Hier steht es, warum? Wegen den unbeschreiblichen Offenbarungen, die er empfangen hatte. Der Apostel Paulus, der musste, dieses Brief ist quasi peinlich. Lasst sie euch mal ein bisschen erschrecken, dass man so ein bisschen Spannung in der Luft bringt. Er hat sicher sich ganz peinlich gefühlt, als er diesen Brief geschrieben hat. Warum? Werden wir gleich sehen. Auf der nächsten Seite. Dies ist der persönlichste aller Briefe von Paulus. Er erzählt viel über sein privates Leben. Über den Fall fürs Fleisch, seiner Entrückung zum Paradies und seine viele Entbehrungen, Trübsal und Leiden im Dienst des Herrn. Weil wir wissen vieles über Paulus, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er verfolgt wurde. Wir wissen vieles über die Apostelgeschichte erzählt, aber hier im 2. Korintherbrief erzählt er auch vieles. Und wir könnten denken, ja, schaut mal, der Apostel Paulus, er wollte sich rühmen, er wollte alles erzählen und so, um sich dann auf die Brust zu schlagen und sagen, ich habe das alles geliebt. Nein, er hasste das. Er hat das gehasst. Und so hassen wir auch. Wenn ich jetzt erzählen muss, oh, ich bin das und jenes und ich habe das studiert und ich habe diese Erfahrung gehabt und ich war schon im vierten Himmel oder im fünften Himmel oder so, dann merkt er schon, dass da Eitelkeit im Spiel ist. Jetzt habe ich ein bisschen witzig gemacht, weil der Apostel Paulus war im dritten Himmel und da gibt es nur drei davon. Ja, das Hauptthema, der rote Faden, der rote Faden. Das heißt, er war sehr, sehr schwer, diesen roten Faden rauszufinden, weil der Apostel Paulus, der verschleiert quasi hier das, was ihn motiviert hat, dieses Brief zu schreiben, weil er sehr wenig über diese falschen Apostel redet. Er geht nicht so direkt in der Offensive und sagt, hör zu, ich habe diesen Brief geschrieben gegen den falschen Apostel. Aber nachdem ich ja, sagen wir, zehnmal dieses Brief durchgelesen habe, habe ich das gemerkt. Ja, das so quillt im Hintergrund. Warum musste er erzählen, dass er so vieles gelitten hat? Warum musste er das erzählen? Ja, es gab einen Grund dafür, werden wir gleich sehen. Weil einige hatten die Autorität des Aposteldienstes des Paulus in Frage gestellt. Es gab Leute, die kamen und sagten, ja, Apostel Paulus, schau mal, ne, er ist, kann kaum sehen, ne, er ist nur 1,60 Meter hoch und er hat eine Krankheit und hat dies und das, ne, kann nicht gut reden und so und geht immer mit dem Hammer auf die Leute drauf, ne, und so weiter, ne. Es gab, ne, die sogenannten Apostel. Das heißt, der Apostel Paulus, oder die waren Leute, die sich als Apostel anvorstellten, ne, und, ja, teilweise waren sie auch Apostel. Ich sage mal teilweise, weil wenn es überhaupt keine Apostel gäbe, dann wird der Apostel Paulus sagen, Leute, hör zu, es gibt keine anderen Apostel, aber nein, ne. Er stellt in Frage das, was sie getan haben, dass diese einige dieser Apostel hier Unsinn getrieben haben. Und darum muss der Apostel Paulus erzählen, was er alles gelitten hat und so weiter, um zu zeigen, dass diese Apostel, diese selbsternannten Apostel, nichts hatten, um sich mit ihm zu vergleichen. Dass die Früchte seiner Arbeit sehr sichtbar waren in alle Orten, wo er hinging und auch die Korinther selbst waren Beispiele dieser Tatsache, ne, 1. Korinther 9, 20. Die falschen Apostel, äh, die, die haben gesagt, ja, wir, schau mal, ne, wir sind so intelligent und so weiter. Das heißt, die haben einige ihrer Vorzüge demonstriert und so. Wir wissen nicht hier, ne, was sie da erzählt haben. Aber so von der Art, wie der Apostel Paulus sie bekämpft, können wir merken, ne. Die, äh, die waren wahrscheinlich so Anhänger von der Wohlstands, von dem Wohlstandsevangelium, ne, weil der Apostel Paulus, er sagt, ja, ich habe so viel gelitten, ich habe, ähm, euch nicht belastet, mit, äh, dadurch, dass ich Geld von euch verlangt habe und so weiter. Das heißt, zwischen die Zeilen sagt er, ja, diese falschen Apostel haben das gemacht. Die wollten nur den Wohlstand, nur das Geld der Korinther, ne. Das heißt, indirekt sehen wir, was die gemacht haben und Paulus gibt dagegen. Er verteidigt sich unfreiwillig, ne. Die ganzen Sachen, die er erzählt, die er gelitten hat und auch das, diese große Offenbarung, die er gehabt hat, die er zählte nirgendwo. Er muss sie hier erzählen, ne, um sich zu verteidigen und sagen, hey Leute, ich habe auch tolle Erfahrungen, ganz, ganz große Erfahrungen, ich war sogar direkt im, im Himmel, wo Gott, ne, ist, im dritten Himmel, ne, weil wie viele Himmel gibt es dann? Es gibt drei. Es gibt das, äh, was wir, ähm, Atmosphäre nennen, der erste Himmel, Atmosphäre. Der zweite Himmel ist da, wo die Geister herrschen, Satan und seine Dämonen, auch in der Atmosphäre, aber ist da die geistliche Welt und dann gibt es den dritten Himmel, wo Gott wohnt, ne. Ähm, es gibt drei, ne. Darum heißt es auch in 1. Mose 1,1. Am Anfang schuf Gott die Himmel, das heißt Plural, ne, und die Erde. Ähm, ein aufmerksamer Leser spürt, dass dieses Thema im Hintergrund schwebt, ne. Der Apostel Paulus, er wollte nicht hier seine Gegner direkt angreifen und sagen, ja, diese Gegner, die sind alle, ne, falsch und dumm und etc. Nein, er hat es indirekt gemacht. Er hat nur seine Arbeit betont und indirekt gezeigt, dass das, was die anderen gemacht haben, ne, ganz, ich sag mal so, niveaulos war, sozusagen. Gut, dann mache ich hier wieder so eine Übersicht, was ich, äh, für sehr viele Lehrbücher des Neuen Testament machen, so eine Übersicht, Kapitel, ähm, jedes Kapitel ein bisschen kommentieren mit zwei, drei Sätzen, ähm, mit dem Ziel, dass ihr die, die, äh, dieses Buch besser versteht, weil, ja, ich könnte hier meine eigene Zusammenfassung machen, sagen, ich meine, dass das Buch zweiter Purita dies und das bedeutet und so weiter und so fort, aber nein, ich habe versucht, hier wirklich aus dem Text heraus es zusammenzufassen, so dass ihr jetzt, wenn ihr den Kapitel 1 liest, ne, merkt, dass ich diese Zusammenfassung gemacht habe. Vielleicht wird ihr nicht sofort, ähm, sehen, wie ich diese Zusammenfassung gemacht habe und denkt, ja, wie ist der Rauf auf diese, auf diesen, zu diesem Schluss gekommen, aber, äh, wenn ihr das Buch ein paar Mal durchliest, dann wird ihr schon, auch schon merken, ich hoffe, ähm, dieser rote Faden, diese Zusammenhänge, ähm, und dann, wenn ihr zurückgeht zum ersten Kapitel und es liest, dann wird ihr merken, wie das verbunden ist, versteht ihr? Gut, Kapitel 1, nur ein Apostel, der Bedrängnis erlebt hat, ähm, entschuldigen, Kapitel 1, Paulus vergleicht seine Leiden, seine demütige Art mit den falschen Aposteln. Sie sind stolz, eitel und nicht zum Leid bereint. Ne, ich habe schon gesagt, manchmal, äh, habe ich hier diese Schlüsse gezogen aus die Rede vom Apostel Paulus. Paulus sagt nicht direkt, die sind stolz, die sind eitel, die sind nicht zum Leid bereit, aber, ne, weil er das betont ist, dass er demütig ist, dass er nicht eitel ist, dass er zum Leid bereit ist, kann man, ne, den Schlüssel ziehen, dass die anderen so waren und darum muss er das zeigen. Ein, äh, die Zeichen eines wahren Apostels, Zeichen Nummer 1, nur ein Apostel, äh, der Bedrängnis erlebt hat und von Gott getröstet wurde, ist auch in der Lage, anderen zur Seite stehen, die es auch durchmachen. Falsche Apostel hingegen sind nicht bereit, für das Evangelium zu leiden, ne, diese Apostel, der, ähm, des Wohlstandsevangeliums. Andreas, würdest du bitte hier diesen nächsten Versen? Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind, in der Welt, besonders aber auch bei euch. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 2. Zweiter Zeichen eines wahren Apostels. Als wahrer Apostel wandelt er in Einfalt und Schwachheit, damit Gott und seine Macht verherrlicht werden. Falsche Apostel hingegen rühmen sich ihrer menschlichen Fähigkeiten. Ich konnte nicht alle Verse nennen, die das dann beweisen, aber hier, Kapitel 2, Vers 17, da könnt ihr das lesen, dass diese Apostel sich ihrer menschlichen Fähigkeiten rühmten. Darum hat es vorher gesagt, dass sie so intelligent sind oder dass sie vielleicht redegewandt sind oder dass sie reich sind und so weiter, ihre Fähigkeiten oder ihre Kraft, ihre Gesundheit und so weiter. Wir wissen, dass der Apostel Paulus hier eine Krankheit hatte, diesen Pfahl fürs Fleisch. Wir wissen nicht, was das jetzt genau war, wahrscheinlich eine Krankheit oder so. Und deswegen haben vielleicht dann die anderen gesagt, schau mal, er hat eine Krankheit oder so. Wie kann so ein Mann gesegnet sein und so. So denken einige. Wenn er wirklich ein Apostel wäre, dann würde ihn Gott heilen und so weiter. Das sind solche menschlichen Ideen. Dritter Zeichen eines wahren Apostels. Falsche Apostel stellen die Lehren des Paulus und die Errettung der Korinther in Frage. Paulus erwidert, dass der Beweis der Errettung schon gegeben wurde, die Versiegelung durch den Heiligen Geist, der auch das Unterpfand der Errettung ist. Paulus geht so weit, dass er die Festigkeit des Glaubens der Korinther wirklich bestätigt. Isaias, würdest du bitte hier lesen? Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht fest im Glauben. 2. Korinther 1, Vers 24. Interessant, dass er sagt, ihr steht fest im Glauben. Und wenn wir so im Hinterkopf haben, was wir letzte Woche studiert haben, 1. Korinther, der sogenannte Brief der Probleme, und dann denken wir, und hier sagt er, denn ihr steht fest im Glauben. Was meint er damit? Ja, auch Christen, die Probleme haben, sind errettet. Ansonsten werden wir auch nicht errettet werden. Denn er hat doch keine Probleme. Die hatten ja logischerweise etwas mehr Probleme als im Durchschnitt. Aber Paulus sagt, ihr steht fest im Glauben. Er hatte, ich sage mal, so einige Zeichen dafür, dass sie fest im Glauben stehen, dass sie beten regelmäßig, dass sie Gemeinschaft haben und so weiter. Das heißt, er hatte konkrete Zeichen, um das hier auszusagen können. Weil es kamen dann diese falschen Apostel und haben gesagt, Leute, hast du das Gefühl, dass du errettet bist oder so? Oder du bist errettet? Nein. So ein Sünder wie du und so weiter. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Aber wir merken so von das, was Paulus redet, dass die das gemacht haben. Er sagt nicht direkt, hey, die falschen Apostel haben die Errettung infrage gestellt. Aber von dem, was er sagt, merken wir das. Warum? Sonst wollte er dann immer bestätigen. Ihr seid gerettet. Zusammenfassung von Kapitel 2. Apostel Paulus will, dass die Korinther nicht betrübt werden, sondern Freude haben. Er lädt die Korinther ein, den bereuenden Sündern Liebe zu zeigen. Die Frage der Freude ist auch eine wichtige Frage. Weil wenn jemand kommt und fragt, bist du gerettet? Bist du sicher, dass du gerettet bist und so weiter? Das nimmt uns auch die Freude. Logischerweise, ja, wenn wir tatsächlich vielleicht eventuell vom Glauben gefallen wären, dann sollten wir uns Sorgen machen. Okay, klar. Aber wenn wir im Glauben sind, nur weil wir jetzt ein paar Fehler gemacht haben, dann haben wir unsere Rettung noch nicht verloren. Und Paulus, der gibt noch ein weiteres Argument für unsere Sicherheit der Errettung, die Versiegelung durch den Heiligen Geist, noch ein zusätzliches Argument. Wie können wir gewiss sein, unsere Errettung? Ja, weil wir den Heiligen Geist haben. Und die Freude wurde betrübt durch dieses Problem mit diesem einen, der jetzt Ehebruch begangen hatte mit seiner eigenen Schwiegermutter. Und Schwiegermutter, nein, wie war das noch? Mit der Frau seines Vaters, jetzt korrigiert, mit der Frau seines Vaters. Und da wurde Paulus sehr, sehr sauer und böse, versteht ihr? Im 1. Korinther. Und jetzt kommt er und sagt, Leute, hör zu, dieser Mann, er hat sich, er hat Buße getan, er hat sich bekehrt, er hat das bereut. Jetzt sollen wir auch diese Bereuung akzeptieren. Wir sollen ihn nicht für immer verurteilen. Wenn er das schon bereut hat, wenn er so eine Buße getan hat, wenn er das gelassen hat, das, was er getan hat, dann sollen wir ihn dann wieder aufnehmen. Ansonsten würde dann für immer Traurigkeit sein. Nächster Punkt. Paulus wünscht, dass die Korinther merken, wie sehr er sie liebt. Er kämpft um Erkennen seiner Berufung, die sich durch Liebe und Leiden von ihm und seinen Mitarbeitern erweist. Das merken wir, dass hier eine dicke Luft gegen den Apostel Paulus gemacht wurde. Das heißt, diese falschen Apostel haben die Stimmung der Gemeinde gegen den Apostel Paulus gewendet. Und der Apostel Paulus, der sagt, Leute, hör zu, ich und meine Mitarbeiter, wir haben so vieles erlitten, wir haben so viel gearbeitet für euch. Warum macht ihr das? Warum schließt ihr eure Herzen für uns? Ist das fair? Ist das gerecht? Wir lieben euch so sehr. Warum tut ihr das? Gut, nächster Satz. Paulus beteuert, dass er das Wort Gottes nicht verfälscht, wie viele andere. Versteht ihr? Dieser Satz, wie viele andere, hier ist der Kern der Sache. Der Kern vom ganzen Brief. Weil er sagte indirekt, dass die Motivation, die er hatte, um diesen Brief zu schreiben, diese anderen waren, die das Wort Gottes verfälschen. Er nennt diese anderen sehr selten in diesem Brief, aber das kommt durch, dass da Leute waren, die ein falsches Evangelium gepredigt haben. Kapitel 3 Die falschen Apostel stützen ihre Autorität auf Empfehlungsbriefe. Paulus stellt die Empfehlungsbriefe nicht in Frage, sondern argumentiert, dass sein Empfehlungsbrief in Klammern seine Arbeit am Werk des Herrn ist, die die Korinther deutlich erkennen konnten an den Ergebnissen. Die vielen Menschen, die durch ihn, auch in Korinth, zum Glauben gekommen waren. Die falschen Apostel lehrten jüdische Bräuche und Gesetze. Paulus hingegen verkündigt den Neuen Bund, dessen in Klammern Tinte der Heilige Geist ist und geschrieben ist nicht auf Papier wie die Gesetze, sondern in den Herzen. Wolfgang, würdest du bitte lesen? Es ist ja offenbar, dass ihr ein Lieblingsbrief, dass ihr ein Lieblingsbrief zu sein, durch unseren Kind aus gefertigt zu schließen, nicht mit Tinte, sondern mit Geist des Dependien Gottes, nicht auf steinenden Tafeln, sondern auf fleischende Tafeln des Ganzen. Dieses Problem ist nicht von heute, dass viele Menschen mehr Wert auf eine Urkunde, auf ein Blatt Papier legen, als auf die Menschen. Das heißt, wenn man jetzt eine Person kennenlernt und merkt, dass diese Person eine Ahnung hat und dann kommt ein anderer, der sagt, hör mal, ich bin Doktor, Doktor und so weiter. Oder wem schenkt man mehr Gehör? Und damals war das auch schon so. Diese falschen Apostel, die kamen mit solchen Empfehlungsbriefe von anderen Gemeinden, wo dann da drauf steht, dieser Bruder, der ist sehr gut, der ist sehr gläubig, der hat vieles gemacht, der hat vieles getan und so weiter und so weiter. Dann haben die mehr Wert auf so einen Brief gelegt, als dem Apostel Paulus, der ja keinen Brief hatte. Vielleicht könnte er sogar einen Brief haben von Antiochien, weil er wurde immer aus Antiochien ausgesendet. Das heißt, theoretisch könnt ihr jetzt zur Gemeinde Antiochien gehen und sagen, ich will auch einen Empfehlungsbrief. Aber was sagt er? Geht mir am Rücken vorbei, Empfehlungsbriefe, Leute, merkt ja gar nicht, was wir gemacht haben. Wir haben euch evangelisiert, wir haben das Evangelium gepredigt und ihr schaut jetzt auf ein Blatt Papier. Das war sehr, das war schlimm. Empfehlungsbriefe sind nicht schlecht. Sollen wir haben, okay. Das heißt, wir können nicht alle Menschen persönlich kennen. Es gibt manchmal Menschen, die kommen und dann denken wir, oh, woher kommt dieser? Und wenn da auf dem Blatt Papier steht, dass er ein Mitglied einer anderen Gemeinde ist, unterschrieben von einem Pastor oder so, ist gut. Ist besser als gar nichts. Aber damals haben die das umgekehrt, Mehrwert auf dem Papier gelegt. Und auch das mit den jüdischen Bräuche und Gesetze hatten wir auch schon letztes und vorletztes Mal. Das mit dem Römerbrief, Korinth und so. Also das liegt immer in der Luft, ja, weil nur vor 30 Jahren waren die Gemeinde entstanden. Das heißt, war Jesus auch verstanden und zum Himmel gefahren. Das heißt, der christliche Glaube wirklich entstanden. Weil während der Arbeitszeit Jesus, da war Jesus noch nicht gekreuzigt und so weiter. Nur nachdem er gekreuzigt ist, auch gestanden und zum Himmel gefahren ist, ist der christliche Glaube entstanden. Und hier, als Paulus diesen Brief schreibt, dann sind es 20 oder 30 Jahre vergangen. Und da war noch viel, ich sage mal, Judentum in der Luft. Die Art und Weise, wie die Juden ihre Religion ausgelebt haben, die hat noch viele Menschen geprägt. Weil viele waren früher Juden und die legten viel, viel Wert darauf, auf ihre Bräuche und Sitten und Gesetze und Riegel und so weiter, alles mögliche. Paulus musste immer wieder erklären, dass die mosaische Religion zur Vergangenheit gehört. Mosaische Religion. Ich benutze immer wieder dieses Wort, obwohl es nicht in der Bibel steht, damit es euch klarer wird. Weil in der Bibel, auch im 2. Korinther, wird immer das Wort Gesetz benutzt. Gesetz, Gesetz, Gesetz. Und das Wort Gesetz hat verschiedene Bedeutungen, zum Beispiel jetzt das Alte Testament oder Teile vom Alten Testament. Aber meistens meint Paulus hier die mosaische Religion. Die ist anders als die abrahamische Religion. Das heißt, Abraham hat keine Religion hinterlassen, nur der Glaube an Gott. Und Moses hat zusätzlich zum Glauben an Gott noch die Stiftshütte und die ganzen Gegenstände und die Opferung und so weiter. Das heißt, ein Riesenpaket von Zeremonien, Ritualen und so weiter aufgestellt. Darum sage ich, die mosaische Religion, die mosaische Religion gehört zur Vergangenheit. Das müssen wir hier, das werden wir hier bis zum Ende dieses Heftes dann wirklich nie mehr vergessen. Weil das werden wir ja ein paar Mal durch. Weil auch im Galaterbrief, Epheser und so weiter, Kolosser, das, ne, der Apostel Paulus muss immer wieder, und nicht nur der Apostel Paulus, auch Petrus, Jakobus und Judas und alle, Johannes, ne, alle sind im gleichen Boot. Das Boot vom geistlichen Leben, vom neuen Leben im Geist, vom Glauben direkt an Gott durch Jesus Christus. Nicht durch die mosaische Religion. Und hier macht Paulus ein Vergleich. Moses musste sein Haupt deswegen bedecken, weil, ja, weil, die war sehr herrlich. Moses hat sich mit Gott getroffen. Er war mit Gott und sein Haupt glänzte und er musste sich mit so einem Schleier bedecken. Aber nach ein paar Stunden, sage ich mal, ging dieser Glanz weg. Dann konnte er wieder diesen Schleier wegmachen, ne. Aber die Herrlichkeit des neuen Bundes, der Dienst des Geistes und der Gerechtigkeit ist viel größer und dazu noch beständig. Nicht wie die alte, die verging. Nach einiger Zeit wird er das Hauptmosis aufzuleuchten, ne. Das heißt, dieser Glanz, der ging wie jeder weg. Aber der Glanz vom Heiligen Geist geht nicht weg. Der Dienst des Geistes, der Dienst der Gerechtigkeit, der bleibt immer bestehen. Der geht immer weiter. Der besteht schon 2018, nein, circa 2000 Jahre, ne, besteht schon dieser Dienst. Der Glanz geht nicht weg. Die Anhänger jener Religion können die Bibel nicht verstehen, weil sie eine, in Klammern, Decke vor den Augen haben. Jetzt wurde der Heilige Geist gegeben, damit wir die Bibel verstehen und von der Gesetzlichkeit befreit werden. Unsere moralische Verbesserung kommt nicht aus der Einhaltung von Regeln, sondern aus der Verwandlung, die der Heilige Geist in Richtung Herrlichkeit Gottes bewirkt. Tatjana, würdest du bitte lesen hier den Vers? Ja, wir alle aber, indem wir mit unverhüllten Anteil die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in allen ihren Spiegeln, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geisten des Herrn. 2. Korinther 3, 18. Das heißt, es ist immer auch im Hintergrund diese mosaische Religion. Weil diese falschen Apostel, die hatten auch ein leichtes Spiel mit dieser mosaischen Religion. Weil die mosaische Religion, die bietet 500 und weiter Gesetze. Das heißt, jeder kann sich aus diesen 500, mehr als 500 Gesetze die rauspicken, die er möchte, um dann anderen zu unterjochen, zu sagen, das müsst ihr tun, ansonsten geht ihr in die Hölle und so weiter. Gott hat mir das offenbart und so weiter. Das heißt, um die Menschen dann an die Nase zu führen. Und dann sagt der Apostel Paulus, hör zu, das ist vorbei, das ist vorbei, jetzt haben wir die Herrlichkeit des Herrn. Und wir werden verwandelt, wir werden verwandelt jeden Tag ein bisschen mehr in diese Herrlichkeit. Interessant, dass er sagt, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Das heißt, das sind zwei Sachen, die sich quasi ein bisschen widersprechen. Das heißt, Spiegel, die Spiegel von der damaligen Zeit, die waren schlecht. Die waren nur Metall, poliertes Metall. Und das war nicht so wie heute, die heutigen Spiegel, die immer im Blatt sind. Das heißt, da war, das ist eine, damit wir ja meinen, eine Sache, die jetzt nicht ganz so perfekt ist. Und er sagt, mit unverhülltem Angesicht. Und da vergleicht er mit der mosaischen Religion. In der mosaischen Religion, da haben die Menschen gewandelt wie in der Dunkelheit oder wie mit einem verhüllten Gesicht. Das heißt, die konnten Gott nur aus der Weite oder so, wie wir jetzt, wenn wir jetzt ein Tuch auf dem Gesicht haben, dann können wir vielleicht so Schatten wahrnehmen oder so. Und so ähnlich war das im Alten Testament. Durch das Gesetz konnten die Menschen so einen Schatten, so eine Ahnung haben über Gott. Zum Beispiel ja durch die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen und so weiter. Das heißt, dadurch konnten sie so eine Ahnung bekommen von Gott. Ja, Gott, der ist ein Gott der Liebe, weil er nicht möchte, dass die Menschen sich töten. Er ist ein Gott der Treue, weil er nicht möchte, dass die Menschen Ehebruch machen und so weiter. Das heißt, sie konnten eine Ahnung bekommen, wie so ein Schatten. So wie einer, der mit einem verhüllten Gesicht geht. Aber nein, wir heute, wir haben die Offenbarung, wir haben Jesus, Jesus hat alles offengelegt. Durch Jesus Predigt, Tod, Auferstehung, wurde alles geöffnet. Das Alte Testament, das Verständnis vom Alten Testament wurde geöffnet für uns. Aber trotzdem ist es noch wie ein Spiegel, wie ein Spiegel. Wir werden Gott dann von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn wir im Himmel sind, dann wird es keinen Spiegel mehr geben. Das heißt, es wird jetzt ganz perfekt sein. Aber interessant, dass er hier schreibt, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, die Tatsache, dass wir Beziehung zu Gott haben, dass er in unserer Nähe ist, das verändert uns. Das heißt, wie kann man das erklären? Dass es dadurch, dass der Heilige Geist auf uns strahlt, dass er voller Liebe ist und er strahlt auf uns. Und so färbt das ab. Quasi wie wenn wir jetzt in einer Waschmaschine hier ein Hemd legen, was rot ist und ein weißes. Und dann später ist das weiße Hemd auch ein bisschen rot, sozusagen. So ähnlich. So ähnlich, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben. So werden wir immer verwandelt, damit wir ähnlicher, herrlicher werden. Ähnlicher wie er. Das heißt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit strahlt auf uns und wir werden immer verwandelt. Da steht es hier, was Tatjana gelesen hat. Zusammenfassung von Kapitel 4. Die falschen Apostel waren hinterlistig und fälschten das Wort Gottes. Paulus nennt als Zeichen seiner apostolischen Berufung, dass er die Wahrheit verkündet. Die falschen Apostel mussten sich immer selbst empfehlen und rühmen, aber Paulus rühmt die Herrlichkeit Gottes und präsentiert sich selbst als ein schwaches Gefäß, gedrängt und bedrückt. Die Voraussetzung für die ewige Herrlichkeit ist die heutige Unscheinbarkeit. Andreas, würdest du bitte lesen? Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirbt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 7 Das ist hier ein bisschen schwer zu verstehen. Wie haben diese falschen Apostel das Wort Gottes gefälscht? Wie haben die das gemacht? Habe ich vorher schon gesagt, Evangelium des Wohlstands und so weiter, immer ein bisschen abgeändert. Und im Grunde ist auch eine kleine Abänderung, eine große Abänderung. Was meine ich damit? Weil wenn dieses Evangelium des Wohlstands, es sagt, Gott will dich segnen, Gott möchte nicht, dass du leidest, Gott will dir vieles schenken, Gott will dir nicht segnen. Alles sind Wahrheiten im Grunde, nur die Betonung macht das Ganze falsch. Weil Gott will uns segnen und Gott möchte nicht, dass wir leiden, aber Gott ist nicht da für uns, sondern wir für ihn. Das heißt, das ist nur indirekt, das ist nur aus Gnade, dass Gott nicht möchte, dass wir leiden oder dass er uns helfen und heilen will, etc. Das ist nur aus seiner Gnade, weil er gnädig ist, aber wir sind da. Das Ziel unseres Lebens ist, ihn anzubeten. Das ist ganz subtil. Diese Veränderung, die ist ganz subtil. Du kannst mit den gleichen Worten ein völlig anderes Evangelium predigen. Aber die Menschen, die die Apostel, die das wahre Evangelium predigen, die kann man erkennen, hier steht, die Voraussetzung für die ewige Herrlichkeit ist die heutige Unscheinbarkeit. Das heißt, die Apostel, die kommen und sagen, schau mal, ich habe hier eine Uhr aus Gold und ein Handy aus Gold und ein Auto aus Gold, das ist ein Beweis, dass ich gesegnet bin, dass ich ein Mann Gottes bin, weil Gott mir alles geschenkt hat und so, dann merkt man, dass das ein falscher Apostel ist. Weil die Voraussetzung für die ewige Herrlichkeit ist die heutige Unscheinbarkeit. Das heißt, der Apostel Paul ist gekommen mit der Wahrheit und die Wahrheit, die ist nicht, Leute, hört zu, ich bin gekommen, um euch die Hand auf den Kopf zu streicheln und euch sagen, ihr seid so toll. Das heißt, die Wahrheit kommt und sagt, Leute, hört zu, ihr seid gerettet, alles klar, schon ein guter Anfang, aber ihr müsst mehr Gas geben, ihr müsst euch noch mehr heiligen, es gibt noch viele Sachen, die noch verbessert würdig sind und so weiter, etc. Gibt nicht auf, bleibt stark, ihr betet schon eine Stunde pro Tag, schöner Anfang, zwei Stunden werden besser und so weiter. Das heißt, wer mit der Wahrheit kommt, der wird nicht Millionär oder wird nicht applaudiert und so. Das sind so Argumente, die Paulus hier gibt, um zu zeigen, dass er der wahre Apostel ist. Er erzählt seine Bedrängnisse und argumentiert, dass er sie für die Korinther leidet, damit sie die Augen von den sichtbaren Dingen nehmen und auf die göttlichen lenken. Das ist das Ziel, dass wir am Himmel denken, an Gott, an seine Segen. Wir sollen denken, dass was drucken ist und nicht was unten ist. Und diese falschen Apostel, die machen genau das, die sagen, Leute, wenn du an Jesus glaubst, dann wird dich Jesus helfen, und dass du einen besseren Job bekommst, dass du viel Geld verdienst und so weiter. Das heißt, alle Sachen, die jetzt nicht so falsch sind, aber den Blick nach unten zu lenken, das ist so ein Zeichen von falschen Aposteln. Kapitel 5 Die Botschaft der falschen Apostel fokussierte viel auf Irdisches. Paulus zeigt auf die himmlischen Dingen und vergleicht den heutigen Körper mit dem ewigen Körper. Der heutige ist wie ein Zelt, der ewige wie ein richtiges Haus. Damit will er die Dimensionen verdeutlichen und die Bedeutung der ewigen Güter betonen. Wenn viele denken, ja, ewige Güter, der Himmel, was wird das dort schon geben? Wird es dort ein Ferrari aus Gold geben? Nein. Wird es dort eine U aus Gold geben? Nein. Wird es dort ein Handy aus Gold geben? Nein. Okay, dann will ich ihn nehmen nicht. Aber der Apostel Paulus, er versucht hier zu beweisen, dass es dort viel, viel besser sein wird als hier. Und er macht diesen Vergleich. Er sagt, heute, alles, was wir hier sehen, ist wie ein Zelt. Und dort wird es sein wie ein Haus. Vergleichen wir jetzt ein Zelt mit einem Haus. Dann sehen wir, ein Zelt ist so dünn, ist so vergänglich, ist so schwach, kann nicht viel aushalten, ist klein. Und ein Haus ist groß, kann vieles aushalten, die Wände sind dick und so weiter. Und so alles, was wir haben, auch eine Ferrari aus Gold, ist nur ein Zelt im Vergleich, was der Himmel sein wird. Im Vergleich. Nur, dass wir so eine Ahnung bekommen, dass wir jetzt denken, oh, es wird viel, viel besser sein. Es wird viel toller sein. Apostel Paulus macht hier den Vergleich. Unser Körper. Unser Körper ist heute wie ein Zelt. Und dort wird er sein wie ein Haus. Unser Körper, der unterliegt Krankheiten, der unterliegt die Älterung, er unterliegt Hunger und so weiter. Und dort wird er diese Sachen nicht unterliegen, sondern er wird herrlich sein, er wird schön sein. Und für die ganze Ewigkeit und so weiter. Darum ist es wichtig, das hier zu vergleichen, um zu helfen, unseren Blick wieder nach oben zu lenken. Die Menschen, die ihren Blick nach unten gerichtet haben, können jetzt Argumente haben und sagen, okay, da oben, da wird es wirklich toll sein. Die falschen Apostel lenkten den Blick der Korinther auf Äußerlichkeiten. Paulus hingegen erklärt, dass das Herz und unsere Werke, unsere in Klammern Kleidung, die wir vor Christus, vor seinem Richterstuhl vorzeigen werden, wichtiger sind. Jesus ist gestorben, damit wir für das irdische Leben sterben. Unser Ziel, das wir ständig im Visier haben müssen, ist, versöhnt mit Gott zu bleiben. Dieses Wort Kleidung wird oft im Neuen Testament benutzt für die Werke, das heißt, für die Heiligkeit oder für das, was wir tun. Weiße Kleidung heißt heilig. Und schmutzige Kleidung heißt Sünde. Und Kleidung überhaupt, ja, das, was wir tun. Das ist im übertragenen Sinn. Im übertragenen Sinn. Das hat nichts mit Kleidung zu tun. Das ist eine, ne, das ist eine symbolische Bedeutung, zu sagen, wie werden wir vor Jesus treten, wie gekleidet werden wir vor ihm treten. Heißt, was werden wir ihm vorzeigen können, was wir gemacht haben, dass wir die ewigen Güter geschätzt haben, die ewigen Sachen geschätzt haben, das heißt, die ewige Errettung, den Himmel, Jesus Christus, alles, was dort auf der anderen Seite gibt. Haben wir das geschätzt? Haben wir das gesucht? Haben wir geholfen, dass andere Menschen das auch suchen und finden? Oder haben wir uns gesorgt um die irdischen Sachen und geholfen, dass andere Menschen die auch finden und suchen und so weiter? Ich sage mal, nicht, dass, ich meine hier ganz allgemein, logischerweise soll wir helfen, dass die Armen Brot haben und so sollen wir tun, ist ein Teil des christlichen Lebens, aber ich meine so im Allgemeinen, dass Menschen sich sorgen um die, um Luxus und so. Kapitel 6, Paulus listet viele Bedrängnisse, auf die er und seine Mitarbeiter litten, was sie als Arbeiter Gottes empfiehlt. Deswegen können sie die Botschaft verkünden, empfang die Gnade Gottes nicht umsonst, sondern legt die Weltlichkeit ab. Darum kann er das predigen. Er kann das predigen. Er kann sagen, Leute, Weltlichkeit, das ist schlimm. Das ist nicht im Sinne Gottes. Was heißt Weltlichkeit? Die weltlichen Sachen zu leben. Das haben wir schon studiert vor mehr als einem Jahr in dieser Lektion Weltlichkeit. Das war die Lektion, der Feind Nummer 2, vom Heft Nummer 4, vom ersten Jahr, Feind Nummer 2, Weltlichkeit. Dieses System, was vom Teufel benutzt wird. Das heißt, der Teufel benutzt die weltlichen Gegenstände, die jetzt meistens gar nicht schlimm sind, wie jetzt Essen oder andere Sachen, um die Menschen dann verrückt nach diesen Sachen zu machen. dass die Menschen jetzt gefräßig werden als Beispiel oder das kann man transferieren auf alle möglichen Beispiele. Die Weltlichkeit, das heißt, sich konzentrieren, zu denken, das Ziel des Lebens ist das, was ich sehe. Und darum sagt Paulus, empfängt die Gnade Gottes nicht umsonst. und damit will er sagen, Leute, stellt die weltlichen Sachen in ihrer wahren Stelle, das heißt, in zweiter, dritter, fünfter Stelle und in der ersten Stelle die geistlichen Sachen. Das Ziel des Lebens ist, der Himmel ist Jesus, Gott, die Rettung, das ist das Ziel, alles andere ist Nebensache. Kapitel 7, jetzt ist Isaías dran, Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemandem Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Seite Gründer 7, 2 Die falschen Apostel hatten die Geschwister gegen Paulus und seine Mitarbeiter gestimmt. Jetzt bietet Paulus mehrmals im Brief, Kapitel 7, Vers 2, Kapitel 10, Vers 15, Gebt uns Raum in euren Herzen. Er argumentiert, dass er niemanden übervorteilt hat. Der ganze Brief ist eine Beweisführung dafür, dass er kein Profit sucht, sondern nur dienen will. Er nennt immer wieder die Kämpfe, die er und seine Mitarbeiter durchgemacht haben. Ich übersetze das in meine Worte. Er sagt, Leute, wir haben so viel gelitten, ich und meine Mitarbeiter, wir haben so vieles durchgemacht, um euch das Evangelium zu bringen und jetzt erlaubt ihr, dass diese falschen Apostel kommen und jetzt gegen uns Stimmung macht. Ist das gerecht? Ist das gut? Ist das richtig, was ihr tut? Das heißt, er fragt das den Korinther. Er meint, das ist nicht gut, wenn jemand freiwillig aus eigener Tasche das Evangelium predigt und so vieles leidet und dann kommt ein anderer und macht dann Klatsch und Tratsch gegen diese eine Person. Das ist ungerecht. Nächste Überschrift hier für Kapitel 8 und Kapitel 9. Ein völlig anderes Thema, das Thema Spende. Die Mazedonier hatten anderen Gemeinden eine Spende gesendet. Dies sollte als Vorbild dienen, damit die Korinther auch spenden, damit Ausgleich geschieht, gegenseitig finanzielle Unterstützung, ist ein Zeichen von Bruderliebe. Die Korinther sollten eine gesegnete, reichliche Spende vorbereiten, damit sie die Aufrichtigkeit ihres Glaubens den Mazedonier zeigen. Das heißt, die Mazedonier, die hatten gespendet, damit der Paulus arbeiten konnte, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte und vielleicht hat die auch gespendet für die Armen in Korinth. Aber dann später sagt Paulus, schau mal, ihr habt selber Geld. Warum wollt ihr immer nur Geld von anderen bekommen? Ist das gerecht, wenn ihr selber Geld habt? Es gibt auch Leute unter Haus, die nicht arm sind oder so. Wie wäre es, wenn ihr mal eine Spende sammelt und irgendjemand schickt? Dann könntet ihr auch zeigen, dass ihr auch ein bisschen dafür was tut und so weiter. Das ist ungerecht, wenn immer nur die einen spenden und die andere sagen, vielen Dank. gut. Darum sagt er, die Korinther soll eine gesegnete Spende vorbereiten. Da habe ich hier in Klammern reichliche. Das heißt, Leute, bitte greift hier mal tief in die Tasche, wenn ihr spendet. Das ist dann eine gesegnete Spende. Ihr merkt schon, dass er auch ironisch sein kann. Gut, zurück zum Roten Faden, Kapitel 10. Paulus vergleicht sich mit den falschen Aposteln, die sich rühmten, indem sie sich untereinander verglichen und versuchten zu übertreffen. Paulus erklärt den Maßstab göttlicher Arbeit. Man muss im Wirkungskreis bleiben, den Gott uns zugestimmt hat. Hier ist das, was ich schon sehr oft angesprochen habe. Viele sagen, ich möchte einen großen Evangelist werden. Ich möchte sein wie Willi Grähm oder ich möchte sein wie der und der und der. Aber Gott hat nie gesagt, sei wie der und der, sondern Gott hat gesagt, ich werde dir Gaben geben. Ich werde dich befähigen, bestimmte Sachen zu machen. Und diese falschen Apostel, die haben gesagt, schau mal, ich predige viel besser als der andere. Aber Gott hat nicht gesagt, wir sollen das tun, wir sollen im Vergleich, wer predigt besser. Gott hat nicht gesagt, dass eine Gemeinde hier eine TV-Show ist, wer predigt besser. Nein, einer hat eine Gabe, der andere hat eine andere Gabe. Und wenn der andere diese Gabe nicht hat, heißt es nicht, dass er schlimm ist, dass er nicht gut ist, dass er kein Apostel ist, versteht ihr? Gott hat jedem eine Gabe gegeben und eine Sünde ist, wenn einer jetzt seinen Bereich verlassen will. Das heißt, wenn einer eine Gerufen hat zum Prediger, aber er will nicht predigen, sondern er will lehren. oder einer hatte die Gabe der Evangelisation bekommen, aber er will nicht evangelisieren, sondern will einen Film drehen oder und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr könnt hier tausende Beispiele vorstellen, was es einfach bedeutet, Gott gibt dir eine Gabe und die sollst du ausführen, die sollst du ausleben, du sollst dein Leben darauf ausrichten. Gott will, Gott hat einen Plan für mein Leben und sein Plan ist, das heißt, wir müssen selber ihm fragen, Gott, welches dein Plan für mein Leben und dann müssen wir das auch tun. Er zeigt uns, wir müssen das tun und nicht sagen, aber das will ich nicht, das ist mir so zu klein, zu doof, nein, ich will was ganz Tolles und nicht das, versteht ihr? Das heißt, und das haben die falschen Apostel gemacht, die haben gesagt, ich bin viel besser als der andere, weil ich das mache und jenes mache und so weiter. Heute würde man einer sagen, ja, ich habe eine Sendung im Fernsehen und da andere würde sagen, nee, aber ich habe schon 20 Bücher geschrieben und der andere würde sagen, aber ich habe schon 50 Bücher geschrieben, versteht ihr? Das heißt, Gott hat nie gesagt, vergleicht euch untereinander, ne? Tut das, was Gott von euch verlangt. Kapitel 11, Paulus verteidigt seinen Aposteldienst und zeigt, dass zusätzlich zu den Bedrängnissen und Verfolgungen er auch im finanziellen Bereich kämpft und leidet und aus anderen Gemeinden Geld nimmt, um die Verkündigung in Korinth zu finanzieren. Die falschen Apostel gaben an, große Apostel zu sein und verglichen sich mit Paulus, der wenig redegewandt war. Paulus verteidigt sich und liestet die Schläge, Schiffsbrüche, Raubüberfälle, Wüsten, Meer, Hunger, Kälte und Sorgen, auf die er erlitten hatte. Er erklärt, dass dies alles nicht zu seinem Ruhm dienen soll, sondern er rühmt sich nur in Gott. Versteht ihr, warum ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Buch ist peinlich für den Apostel Paulus. Es ist peinlich, sowas zu schreiben, zu listen, alles, was er gelitten hat, um sich zu vergleichen mit den anderen Aposteln. In diesem Moment hat er einen Vergleich gemacht, einen negativen Vergleich. Das heißt, die anderen, die haben sich gerühmt, weil sie so gutredig waren und so weiter und der Apostel Paulus, nein, er sagt, Leute, ihr habt dies und dies und dies alles gelitten. Das ist ein Beweis, dass er es ehrlich gemeint hat, dass er wirklich von Gott war, dass er das alles überlebt hat, aber dass er alles auch gelitten hat, um Menschen zu erreichen, wie Jesus. Weil Jesus hat auch gehungert und ist gelaufen durch die Wüste und wurde kreuzig und wurde ungerecht verurteilt und wurde verleumdet und wurde kritisiert und alles mögliche. Das sind Zeichen, dass er die Wahrheit gepredigt hat. Und hier der Apostel Paulus, er hat alles das gelitten, das sind Zeichen, dass er die Wahrheit predigt und nicht wie die falschen Apostel. Kapitel 12 Er fährt fort in seiner Verteidigung gegen die falschen Apostel und erzählt seine Entrückung zum dritten Himmel, zum Paradies. Er beteuert, dass er sich nicht rühmen will, sondern er rühmt sich seiner Schwachheit. Er schämt sich, dies erzählen zu müssen, aber er wird dazu gedrängt, um die falschen Apostel zu bekämpfen, die selbst ernannten bedeutenden Apostel. Jetzt ist Wolfgang dran, oder? Ich bin türig geworden mit meinen Rüben, ihr habt mich dazu gezwungen, und ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. 2.12 11.12 11. Das heißt, wir wissen, dass wir gar nichts sind, wir sind wichtig, wir sind ein Staubkorn im Universum, ich sage mal so, der Apostel Paul sagt, ich weiß, dass ich nichts bin, aber ich bin dazu gezwungen, das alles hier zu listen, wegen diesen bedeutenden Aposteln, versteht ihr, wie diese Aposteln sich genannt haben, oder wie die Korinther, die die anderen Aposteln genannt haben, ich sage mal die anderen, nicht die zwölf Aposteln, sondern anderen, habe ich schon letztes Mal gesagt, es gab andere Apostel außerhalb der zwölf und Paulus und so weiter, es gab andere Leute, die sich Apostel genannt haben, was wir auch aus Epheser 4.11 kennen, Jesus hat in der Gemeinde Apostel gestellt und so weiter, da wird gemeint andere, nicht nur die zwölf, aber die einige Leute in Korinther haben diese anderen genannt bedeutende Apostel, das heißt, die haben den Mehrwert zugeschrieben als dem Apostel Paulus und er nennt sie hier, er sagt, da ich dem bedeutenden Apostel ihm nichts nachstehe, das heißt, schau mal, wie viel Apostel Paulus gemacht hat, aber es gab Leute, die gesagt haben, nee, der Apostel Paulus, der ist nichts wert, aber Apostel Paulus verteidigt sich, er muss sich verteidigen, schade, er sagt ihr, denn ich sollte von euch empfohlen werden, er sagt, Leute, eigentlich theoretisch müsstet ihr sagen, wow, der Apostel Paulus, er hat so viel getan, er hat hier gepredigt und so viele Menschen haben sich bekehrt, er hat das Wort Gottes gepredigt und alles, eigentlich müssten die Korinther allen anderen Gemeinden sagen, Leute, hört zu, der Apostel Paulus, der ist gut, aber das haben die nicht gemacht, weil, wegen Klatsch und Tratsch und so weiter, Paulus verteidigt sich und fragt, ob er oder einer seiner Mitarbeiter jemand in Korinth übervorteilt hätte, er verteidigt sich vor dem Angesicht Gottes, damit die Korinther seine Autorität erkennen, dass wenn er kommt, er die Sünde in der Gemeinde unbehindert verurteilen kann, er verteidigt sich, er sagt, Leute, haben wir, ich und meine Mitarbeiter in irgendeiner Weise euch übervorteilt, haben wir das gemacht, dann sagt es ihr auf dem Tisch, in meinem Gesicht, weil er weiß, dass sie das nicht gemacht haben, sie haben immer gearbeitet, die haben Zelte gemacht, Baum sagt Zelte gemacht, und die haben Spende bekommen von Mazedonien, um kostenlos in Korinth zu arbeiten, und was bekommen sie als Gegenzahlung, Klatsch und Tratsch und Verleugnung, und Paulus sagt, hör zu, Leute, haben wir euch übervorteilt, sagt uns das ins Gesicht, sagt uns das, weil wenn wir zu euch kommen, dann werden wir die Sünde der Gemeinde unbehindert verurteilen, das heißt, er hat gesagt, Leute, macht euch bereit, wenn ich ankomme, dann werde ich euch mal an die Leviten lesen, ja, ja, gut, Kapitel 13, durch die Gesetzlichkeit verbreitet sich der Zweifel an die Errettung, auch wenn diese eine Problemgemeinde war, ist Paulus fest von ihrer Seligkeit überzeugt, Satiana, würdest du bitte? Ja, drückt euch selbst, ob ihr im Glauben seid, werdet euch selbst aufgetroben, oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unrecht werdet, 2. Korinther 13, 5. Ja, das heißt, viele hatten jetzt Fragen über die Errettung, die haben Zweifel, die haben gedacht, bin ich jetzt errettet, gehe ich vielleicht verloren, und dann sagt Paulus, prüft euch selbst, das heißt, fragt euch selbst, ist Jesus Christus in euch, ist Jesus in mein Herz, ich kann mich das selbst fragen, ist der Heilige Geist, in mein Herz, ganz am Anfang, hat wir gesehen, der Heilige Geist, ist der Siegel, ist der Heilige Geist, ist Jesus Christus in mein Herz, ja oder nein, wenn Jesus in mein Herz ist, ja, dann bin ich gerettet, es sei denn, dass ihr unecht werdet, das heißt, die Möglichkeit ist da, dass es falsche Christen gibt, dass es Christen gibt, die abgefallen sind vom Glauben, solche Möglichkeit ist gegeben, aber wenn wir auf unser Herz schauen und uns fragen, ist Jesus in mein Herz, ist der Heilige Geist in mein Herz und wir dann zum Schluss kommen, ja, Jesus ist in mein Herz, der Heilige Geist ist in mein Herz, dann können wir gewiss sein, dass wir errettet sind. Halleluja, Amen.